Servus, grüezi, hallo und moin moin. Heute am Montag, es ist jetzt 11.30 Uhr, am Tag 29 meines Streaks. 1000 Kilometer bis zum Hannover Marathon. Mein täglicher Laufbericht. Ich habe mir ja gesagt, ich als Marathonbotschafter für den Hannover Marathon möchte euch begleiten, euch motivieren, runter vom Sofa und berichte jeden Tag ein kleines Update von meinen Läufen. Ja, heute bin ich in der Anderweser in Bremen. Wir machen mal eine kleine Runddrehung, sagen He und ich. Es ist schön warm, nicht so heiß wie die letzten Tage, aber trotzdem 27 Grad. Hier auf dem Beton ist es doch ganz schön warm. Und ja, Motivation ist heute einigermaßen wichtig. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Hund und ich, wir laufen. Aber so ein täglicher Streak ist schon echt ein Termin, den man sich immer geben muss. Aber ja, ich habe sonst nicht viel zu vermelden heute. Vielleicht noch einige Termine, darum bin ich schon in Bremen in der Stadt. Und ich würde sagen, bleibt dabei, kommt runter vom Sofa. Kilometer. Bis gestern habe ich 154, heute kommen 5 dazu. Also 159 Kilometer. Und heute ist der 6.8. Alles weitere morgen am Dienstag. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, eine angenehme Woche. Und denkt daran, zieht die Laufschuhe an und lauft eine Runde. Bis dann, bis morgen. Tschüss. Sag ich kaum. Jawohl.